Halleluja! Итак, schnallt euch an. Ich weiß nicht mehr, wann ich zum letzten Mal in einer Predigt so viele Bibelstellen notiert habe. Als ich dem Alexander von dem Gottesdienst all die Bibelstellen gegeben habe, habe ich später die ganze Liste gesehen von Bibelstellen. Und ich musste zu mir selber sagen, Herr, vermehre in unserem Glauben, dass wir das heute alles durchgehen können. Aber so wie wir in Zukunft die Ewigkeit haben, dann haben wir es nicht eilig. Amen? Wenn wir das hier nicht abschließen können, können wir das im Himmel abschließen. Werden wir uns dort von der Gemeinde Eckstein versammeln alle und sagen, was haben wir da noch nicht zu Ende durchgenommen? Der Herr kommt zu uns in unsere Gruppe und sagt, lass das doch alles. Das braucht man schon nicht. wird uns in seinem Geist umarmen und uns wird so schön warm und angenehm sein. Ich glaube, dass solche Momente uns im Himmel erwarten. Aber solange wir hier auf der Erde sind, müssen wir ihn erkennen, Erkennen die Kraft seiner Auferstehung, Erkennen sein Wort und je mehr sein Wort in uns hineingeht, umso mehr kann die Errettung unserer Seele geschehen. Unser Verstand wird verändert durch das Wort Gottes. Seid ihr mit mir? Halleluja! Amen! Das ist sehr wichtig, weil in der Bibel steht geschrieben, so wie die Gedanken des Menschen sind, so ist er auch. So wie er denkt, so wird er auch handeln. Vom richtigen Denken hängt ab unsere spätere Tat. Aber um richtig zu denken, muss man nicht Philosophie irgendwelche lesen, sondern die Bibel. Amen! Wir müssen suchen das, was dort geschrieben steht. Und wir haben das Thema die letzte Zeit. Und ich werde fortfahren heute. Das ist natürlich ein großes Thema. Das kann man vielleicht auch gar nicht in all seiner Fülle erfassen, aber ich möchte, dass wir einfach ein Bild haben in uns über die letzte Zeit. Und die letzte Predigt. Heute ist dritter Teil. Und ich habe das genannt Der Himmel, der Himmel Und die Sterne des Himmels Also der Himmel aller Himmel und die Sterne des Himmels Ich erinnere mich noch, dass wir bei dem fünften Siegel stehen geblieben sind. Weil beim fünften Siegel ist etwas Besonderes passiert. Und als das fünfte Siegel geöffnet hat, gebrochen wurde, dann haben wir gelesen, dass die Seelen der Gestorbenen für den Herrn haben gefläht zu Gott. Und die haben gebetet von Gott, dass er rache nimmt für das Blut Das Blut, das vergossen wurde von gläubigen Christen, die für den Herrn vergossen wurden. Kоторые отдали свою жизнь за Господа. Die ihr Leben für den Herrn gegeben haben. Und in diesem Moment, wo ich jetzt darüber rede, hat der Herr mich erinnert, dass heute Sonntag ist, wo weltweit die Christen übereingekommen sind, für die zu beten, die heute leiden, da wo große Christen verfolgen sind. Wo den Menschen verboten ist, sich so zu versammeln, wie wir hier. Und den ganzen Tag gemeinsam als Christen zu verbringen. Und die wünschen das so sehr, aber die haben keine Möglichkeit. Und die sind froh, wenn die sich irgendwo heimlich mit einer kleinen Gruppe versammeln können und zusammen zu Gott beten können. Und das machen die ihm flüstern. Weil ihr Leben ist ständig in Gefahr dabei. Letztes Mal habe ich schon gesagt, über die Statistik, die ich gelesen habe, aber die ist nicht ganz richtig. Das ist eine Zeitung in der Schweiz, die hat das geschrieben, diese Statistik. Dass alle elf Minuten stirbt ein Mensch für den Herrn. Und das ist schon viel. Aber die richtige Statistik ist eigentlich dort mehr als hunderttausend Menschen pro Jahr sterben für Jesus. Was haben wir für ein Privilegium? Esse will nicht. Sлушай, Slovo Bожие. Hört zu, Wort Gottes. Ah, heute gehe ich nicht, gucke ich lieber Fernsehen. Da ist so eine Humorsendung. Aber Menschen geben ihr Leben dafür, um zusammenzukommen. Lasst uns aufstehen. Lasst uns einfach aufstehen. Ich habe so einen Gedanken, so einen Wunsch. Und mit einer Minute des Schweigens werden wir ehren diejenigen, die für den Herrn gestorben sind. Ich bin mir ganz sicher, dass der Herr sie ehrt. Sehr dafür. Als Stefan sein Leben hingegeben hat, steht geschrieben, er hat den Jesus dort stehen gesehen. Zu Rechten des Vaters. Und eigentlich steht geschrieben, dass er sich hingesetzt hat zu Rechten des Vaters. Amen. Aber als Stefan gestorben ist, Jesus ist aufgestanden, um ihn zu ehren. Lass uns diese Menschen ehren. ganz 대해서 gucken. Amen. Und anhinen. Frauen sound. Amen. 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 Alright. Amen. 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 Otec Nibesný, wir beten für die Menschen, die jetzt in diesem Augenblick in ernsthaften Schwierigkeiten sind, denen Tod droht, dafür, dass sie dich lieben, dafür, dass sie dich anbeten. Herr, vergib uns, dass wir manchmal so mit deiner Gegenwart umgehen, dass wir das manchmal so nicht schätzen, was du für uns getan hast. Natürlich nicht bewusst machen wir das. Wir vergessen manchmal einfach über diese Gnade, große Gnade, die wir in dir haben. Herr, aber jetzt in diesem Augenblick gibt jemand sein Leben ab. Und jemand ist vielleicht in großem Kampf jetzt. Und wir bitten für diese Menschen, da im Sillen und sich nicht loszusagen von dem. Praiti, durchzugehen. Wenn du sie berufen hast zu dieser Zahl, die noch ergänzen sollen, diese Getöteten unter dem Altar, gib ihnen die nötige Kraft. Wir bitten für alle Gemeinden auf der ganzen Erde, für dein gesamtes Volk, das in Verfolgung ist. Herr, soll deine Kraft und deine Herrlichkeit kommen. Soll dein Wille erfüllt werden im Leben dieser Menschen. Herr, Herr, bewahre ihr Leben. Und die, die aber sollen sterben für deinen Namen, mach sie einfach stark und unerschütterlich. Da wird dein Name gepriesen sein. Auch durch ihren Tod. Otec, Vater, sei gesegnet. und nimm alle Ehre von deinem Volk in Jesu Namen. Und das ganze Volk sagt Amen. Amen. Die Seelen der Getöteten haben gefläht zu Gott und haben gefläht, dass diese Zeit zu Ende gehen soll. Und das Gott bestrafen soll diejenigen, die Christen töten. Aber der Herr hat ihnen gesagt, wartet noch eine kurze Zeit. Die Zeit muss noch ergänzt werden von den Getöteten. Und dann werde ich das Gericht verziehen. und merkt hier auf. Der Herr bestraft nicht sofort. Er schüttet seinen Zorn nicht aus, so wie wir das manchmal tun. Wenn wir irgendwo angetastet werden, und wenn der Mensch so zornig ist, empfindlich, dann nimmt er direkt Schwert und will Kopf abhauen. Und manche sagen, Gott wird dich bestrafen, der wird seinen Zorn auf dich übergießen. Beruhige dich. Gott hat einen Tag bestimmt, wo er seinen Zorn übergießen wird. Und vor dieser Zeit wird ihn nichts aus der Fassung überhören. Er kommt nicht aus der Fassung und aus der Ruhe, so wie wir. Und deshalb leben wir in so einer Gnade heute. Und ich habe schon einmal euch gesagt, wenn Gott seinen Zorn ausgegossen hätte, für all die Sündungen und Vergehen, die die Menschen machen, und hätte sie bestraft dafür, dann müsste Deutschland überhaupt nicht mehr auf dieser Erde existieren. Für all die Bosheit, das was sie getan haben, und besonders für die sechs Millionen Juden, die gezögert wurden, seid ihr einverstanden? Und wir leben wie in Deutschland. Wie kannst du das erklären? Gott nicht wünscht sich, dass ein Sünder stirbt. Er möchte, dass alle Menschen errettet sind und kommen zur Erkenntnis der Wahrheit. Und die Bibel sagt, dafür hat er langes Dulden. Und deshalb auch Deutschland die Möglichkeit gegeben, sich zu retten. und preist den Herrn, dass viele Menschen sich auch bekehren, ohne auf die Umstände zu gucken. gestern hat Deutschland eine Feier gehabt, 30 Jahre, dass die Berliner Mauer gefallen ist. Wir sind in diesem Jahr gerade gekommen. Und nach ein paar Monaten, wo wir gekommen sind, ist diese Berliner Mauer gefallen. Ich war in Berlin. kurz danach, ich hatte dort einen Bekannten, guten Pastor, mein Freund, ein Deutscher. Und er hat erzählt, wie die ständig gebetet haben. Er musste bis zur Gemeinde ungefähr, hat er zwei Stunden gebraucht. Und da war ein Ort, wo er aus der Stine da ist, und an dieser Mauer hatte er so eine Stelle. Und er sagt, jedes Mal, wo wir an dieser Mauer vorbeigefahren sind, wir haben sie verflucht bis zu ihren Wurzeln. Und wir haben ausgesprochen, dass die zerstört wird, diese Mauer. Und den Menschen war es schwierig zu begreifen, dass sowas jemals stattfinden kann. Kommunismus war es das kommunistische, das war nicht nirazruschimale. Aber es kam der Tag, und diese Mauer ist gefallen. Und wisst ihr, von keinem einzigen Schuss. Ich rede nicht darüber, was davor geschehen ist, die Menschen, die überqueren wollten, die wurden dann erschossen. Aber gestern wurde mir das so nochmal bewusst, dem Gott war es zu wenig, noch Deutschland dermaßen zu segnen. Er hat ihnen auch erlaubt, um die Möglichkeit gegeben, sich zu vereinen. Meistens solche Geschehnisse passieren mit sehr viel Blut vergießen. Und hier einfach so, Gott hat dafür gesorgt, dass die Mauer zerstört wird. Und er wollte ganz Deutschland damit sagen, ich gebe euch Gnade auf Gnade. Amen. Wohlstand und Wiedervereinigung Deutschlands. Aber natürlich wird ein Tag kommen, von dem steht es geschrieben, Tag des Zorns oder Tag des Jürgens, wenn Gott die Welt richten wird. Er wird die Länder richten und jeden Menschen persönlich. Und der, der sich nicht bekehrt hat, er neset volles, geschlossene Nachkazinie. Wird völlige, verdiente Bestrafung empfangen. Aber diese Menschen, die dort anwesend waren, diese Seelen, der Getöteten unter dem Altar, denen hat er gesagt, wartet, noch ist die Zeit nicht gekommen, wenn die Zeit kommt, dann wird Gericht stattfinden. Und jetzt sechster Siegel haben wir. Давайте прочитаем sechste Siegel, was dabei geschehen wird. Offenbarung 6, 12 bis 17 von 12 bis 17 sind. Ja, du bist auch anwesend? . und nur nur hier vorne und Video wird aufgenommen. Danke euch. Der Herr soll euch reichlich segnen. Halleluja. Итак, von 12. Vers lesen. Und als er schüttliche Schrift ich sah, und so vergesst, 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 Und sie sind in den Häusern, Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz, und ein herrner Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine unreifen Feigen abwirft. Und der Himmel entwich wie ein Buch, das aufgerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurden aus ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbargen sich in die Höhlen und in den Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt, und vor dem Zorne des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen. Amen. Amen. Lasst uns aufmerksam schauen, nach dem fünften Siegel, als diese Seelen gebetet haben, haben gesagt, es ist Zeit, warum nimmst du keine Rache? Dann wurde der sechste Siegel, gebrochen oder geöffnet, und es fing an, auf der Erde, verschiedene Katastrophen haben stattgefunden. Ein großer Erdbeben geschah. Das ist das, was noch sein wird. Die Sonne wurde dunkel, wie von Haaren bedeckt. Wie in Russland steht, mit einem Sack so umhüllt. Die Rede ist dafür, dass die Sonne nur noch ganz, ganz schwach scheinen wird. Und der Mond wurde wie Blut. Sollche Geschehnisse werden sein. Das wurde nicht zu Blut. Aber sie wird auch ihre Fähigkeit, zum Teil verlieren, auf der Erde so zu scheinen, wie sie scheinen soll. Ich kann euch meine Vermutungen mitteilen. Hier steht es nicht geschrieben, aber hier sind solche Zeichen hier beschrieben. Das ist vielleicht schon ausreichend, dass man die Sonne nicht mehr ganz sehen wird vom Feuer, vom Rauch und von diesem Ganzen. Die Sonne wird in ihrer Kraft verlieren und wird nicht richtig scheinen können. In der Geschichte der Menschheit, ich glaube, 1200 oder so. Also in der Geschichte ist es aufgeschrieben, als ein Vulkan ausgebrochen ist, in Amerika. Und in ganz Europa, überall ist Hungersnot ausgebrochen. Weil diese Asche, die wurde erhoben in die Stratosphäre und wurde fast über die ganzen Erdgebüsse verbreitet. Und überall in Europa, Amerika, es gab keine Ernte. Dort ist es ausgebrochen und hier hat man die Folgen gehabt. Und die Bibel sagt über ein Erdgebüc. In den letzten Tagen wird nur die Erde schütteln, sondern auch nicht nur die Erde schütteln, sondern auch den Himmel. Konkretно. Sehr stark. Und Paulus erklärt, dass es viel stärker sein wird, als wir uns jemals vorgestellt haben. Wir können uns nicht mal vorstellen, was dabei geschehen kann. Aber hier ist geschrieben, über dieses Erdbeben. Dieses Mond, wie verhüllt. Und der Mond. Und 13. Vers. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum geschüttelt von einem starken Winde, der seine Feigen abwirft. Habt ihr schon mal Aprikosen gesammelt? Wer in Asien gewohnt hat, der weiß das. Wenn die reif sind. Du gehst und willst schnell sammeln für Konfitüre zum Beispiel. Kletterst auf den Baum, ein bisschen höher. Und schüttelst so den Baum. Und die Früchte fallen einfach runter. Du kletterst wieder runter, sammelst ein paar Eimer und gehst nach Hause. So wird auch hier verwendet dieser Beispiel nur bei einem Feigenbaum. Wie ein Feigenbaum, wenn das geschüttelt wird, verliert seine sogar unreifend, steht hier geschrieben. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum, der erschüttert wird vom starken Wind. Ich werde ein bisschen zurückkehren. Lass uns den 17. Vers durchlesen. Was steht da geschrieben? Denn gekommen ist der große Tag seines Zornes, und wer vermag zu bestehen. Hier wird es zum ersten Mal erwähnt über den Tag des Zorns. Wir werden noch viele Offenbarungen über diesen Tag lesen. Aber dieser Tag kam erst nach dem fünften Siegel, nachdem die Seelen der Getöteten gefläht haben. Deshalb können wir heute leben. Menschen leben heute. Gräschat. Nекоторые, nicht nur auf den Ohren, sondern schon zu den Ohren, sondern schon zu den Ohren. Stолько Zwang делают. In Sünden leben die, so viel Böses machen die. Und Gott duldet das alles. Und Gott duldet das alles. Und vielleicht bekehren die sich nicht. Und вдруг bekähen die sich nicht. Er möchte nicht, dass der allerletzte Sünder sogar in die Höhle gelangt. Und deshalb den Tag des Zornes hat er verschoben so weit wie möglich nach hinten. Wir kehren zurück zum Vers 13. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde. Was glaubt ihr, dass die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wenn eine Sterne auf diese Erde fällt, was passiert dann? Was bleibt von der Erde übrig? Was sagt uns das? Nicht diese Sterne, die wir da oben sehen, fallen auf die Erde. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, worüber ist hier die Rede. Oh, die Sterne werden fallen und zerstören unsere Erde. Ja, auf jeden Fall mehr, mehrfach mehr als Erde, ne? Das ist wichtig. Dass eine Zwiesse намного больше ist. Wir können uns nicht mal vorstellen, dass es viel größer als die Erde ist. Sлишком viel. Für unser Verstand ist es zu viel. Aber die Tatsache ist, dass die Bibel sagt, Sterne werden auf die Erde fallen. Und ich werde euch gleich zeigen, was diese Sterne bedeuten. Die Bibel muss sich selbst interpretieren. Amen. Und wir müssen in der Bibel auch Antworten finden. Ich werde drei Stellen über die Sterne lesen. Und dann versuche ich das zu erklären. Erster Offenbarung 1.20. Tain, wir sieben vor, es只 holy ist, in der wir sieben Punkte결tern. Tain, sieben 76, die du siehst. Ich meine Sieben höre, das sind die Allergestattung, die du in meinen Rechten gesehen hast. Und sieben紅stuen sind sieben Gesch이즈. Okay. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du in meiner Rechte gesehen hast, sind die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind die Engel der sieben Versammlungen und die sieben Leuchter sind sieben Versammlungen. Also die Leuchten haben bedeutet die Gemeinden. Und die Sterne die Engel von diesen sieben Gemeinden. Und während er dann jeder Gemeinde was schreibt hat er jedes Mal gesagt dem Engel von dieser und jener Gemeinde. Wenn ich so eine Lehre höre dass eine Gemeinde geleitet wird mit einer Gruppe von Menschen diese Schrittstelle reicht mir schon. Das hier geschrieben steht nicht den Engeln sondern dem Engeln. Ein Engel. Es gibt nur einen der Verantwortung mit dem Gott reden wird. Gott hat mit Mose geredet und hat von ihm gefordert für den Zustand. Hat er alleine alles gemacht Nein, wir wissen dass da noch 72 Älteste waren. Und die haben ihm bei allem geholfen. Aber Gott kam nicht zu diesen Ältesten und hat gesagt so Gruppe jetzt will ich mit euch was klasten. weil sobald es um eine Gruppe geht dann kannst du keinen Verantwortlichen finden. Deshalb von Anfang an hat Gott gesagt einen Verantwortlichen brauche ich mit ihm mit dem werde ich reden und ihn werde ich beschützen und von ihm werde ich fordern. Er hat von Mose gefordert aber hat Mose auch beschützt als alle ihn steinigen wollten für gar nichts Gott hat sogar Erde eröffnet und so ein Versammlungsgrab gemacht von da von Israel kamen die ersten so Gräber Versammlungsgräber dafür, dass man Gott nicht gehorsam war. Итак, Angelu also hier sagt er die sieben Sterne die du gesehen hast in meiner Hand das sind die Engel von den sieben Gemeinden welche Engel sind das die im Himmel sind Versteht ihr das? Wir müssen uns manchmal fragen Der Engel kommt vom Himmel und sagt Johannes schreib auf dem Engel der Epheser Gemeinde und ich werde das in den Himmel zustellen So Post hat nur in Russland funktioniert In Deutschland funktioniert Post so nicht Und welchen Brief kann ein Mensch überhaupt einem Engel schreiben? Versteht ihr das? Dass es nicht darüber die Rede ist Und wenn wir das in der Offenbarung lesen dann begreifen wir hier ist das ist das ist das ist das ist das ist das ist Hier ist dieses Wort Engel was ist das? Engel das sind Dienst Dienstbare Geiste die geschickt werden um Menschen zu dienen Griechisches Wort Angelos oder Angelos Griechische Wort bedeutet ein Diener und das ist alles Und wenn er sagt Und wenn er sagt schreibt dem Engel der Gemeinde in Ephesus Das war das dem Verantwortlichen, der in der Gemeinde Ephesus war, verantwortlich für die Gemeinde. Und dort waren viele Diakonen und andere Diener. Aber es gab einen, mit dem Gott geredet hat und mit ihm gesprochen. Das muss man so machen, das muss man anders machen. Und da, hier in der Offenbarung hat er das aus irgendwelchen Gründen Engel genannt. Aber wenn schon die Rede über Engel ist, wenn wir 11. Kapitel in Korinther lesen über die Kopftücher, dort steht abgeschrieben, ein Zeichen für die Engel. Wenn wir schon da wühlen wollen und irgendeine Tradition finden, dann ist es nicht ein Zeichen für die Engel, die dort im Himmel sind. Die brauchen dieses Tüchlein nicht, um dort erkennen zu können, dass meine Frau wirklich meine Frau ist. Versteht ihr das, worüber die Rede ist? Die sehen ganz genau, wo was geschieht. Und die wissen ganz genau, dass Lili meine Ehefrau ist. Und diesen Zeichen der Macht braucht sie nicht. Aber wenn in der Gemeinde so tausend Mann oder mehr sind, dieser Verantwortliche in der Gemeinde, der kann schon nicht alle kennen, sind die jetzt alle verheiratet, wer dann nicht verheiratet. Ich will einfach uns dazu verleiten, dass wir ein bisschen nachdenken. Und möglicherweise in Korinth war das so eine Tradition bestimmte. Dass alle verheirateten irgendeine Bedeckung getragen haben. Aber wir wissen, dass diese Bedeckung burka war. Das ist für die, die irgendwo noch irren. Dort ist auch das Wort Engel. Und Engel, das ist ein Diener. Offenbarung 9.1 Und der fünfte Engel posaunte. Und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zur Schlunde des Abgrundes gegeben. Wir stellen jetzt klar mit Sternen. Was ist gemeint? Gоворится an den Sternen, die vom Himmel fallen. Und hier diesem Stern wird Schlüssel gegeben von Schlund des Abgrundes. Na, mindestens muss das eine Persönlichkeit sein. Ist das so? Weil ihr wird eine Macht gegeben. Ein Schlüssel. Das ist nicht eine tote Materie, die fallen wird und die Erde zerbinden wird. Ihr wurde ein Schlüssel gegeben. Und das ist ausreichend. Einfach, dass wir das biblisch sehen können, dass diese Sterne, die dort erwähnt werden, die vom Himmel fallen, sind nicht die Sterne, die wir heute im Himmel sehen. Und es gibt viele Bibelstellen noch dazu, aber eine will ich noch durchlesen, die wird euch ganz klar zeigen. Offenbarung 12, 3. und 4. Vers. Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel. Und siehe, ein großes, feuerroter Drache, welcher sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und auf seinen Köpfen sieben Diademe. Was glaubt ihr, wer ist dieser feuerrote Drache? Kommt ihr drauf oder nicht? Dschuldigung. Dschuldigung. Dschuldigung, ne? Der Schrift sieht aus wie Dschuldigung. Das ist der schon im Garten Eden da was falsch gemacht. Und bis heute tragen wir davon. Mit dem Adam und Eva beschlossen haben, ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Das ist tragisch geendet bis heute. Resümee, welches Resümee? Ne разговarивай mit den Abtretern. Ne общайся mit dem Teufel. Habe keine Gemeinschaft mit dem Teufel. Его nur gewillig. Sobald du mit ihm nur redest und er hat, er ist lustig. Er wird finden, wo er uns packen kann. Самый правильный вариант ist, mit ihm nicht zu reden. Und das ganze Volk sagt Amen. Mолодцы. Четверter Stichok. Hвост его. Hvastat er noch noch. Vierter Vers. Sein Schwanz. Hвост его увлек z'Nебa, третью часть звезд. И поверьтех, на землю. Дракон се стал перед женою, которой она лежала родить, дабы, когда она родит, пожрать его младенца. Хвост его увлек z'Nеба, третью часть звезд. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort. Какие звезды? Welche Sterne sind hier gemeint? Engel, die in seiner Lobpreisgruppe waren. Die, die Bibel schon ein bisschen gelesen haben. Die Bibel sagt darüber, als der Teufel runtergeworfen wurde vom Himmel. Als er dort einen Tritt bekommen hat. Als er dort einen Tritt bekommen hat. За то, что он все время там и это. Теперь я начинаю понимать. У меня откровения приходят. Почему столько много проблем в прославлении бывает? Во всех церквях. Знаешь почему? Да потому, что оттуда он нашел. И он терпеть не может сегодня, когда видишь, что прославление Бога прославляет. Это ему напоминает о его прошлом. Это ему напоминает о его прошлом. И он не знает, как бы навредить. И он не знает, как бы навредить. Но у него он еще не выйдет. Аминь. Клаппин. Аминь. Аллилуйя. Итак. Дьявол был свергнут. Написано. И увлек. Вот хотя бы хвостом еще зацепил, сколько смог. Он hat mitgerissen. Софи он еще не мог. Сам, если лечу, уже понимал, что ничего сделать не может. Он уже понимал, что ничего сделать не может. И хвостом зацепил третью часть. И мы знаем, что он увлек третью часть Ангелов. И мы знаем, что он в третью часть Ангелов. Итак, здесь снова Ангелы подразумеваются. То есть под звездами подразумеваются Ангелы. И здесь снова служебные Духи. Теперь мы понимаем, о чем речь или нет. Какие звезды упадут с неба? На землю. И вот почему будет ужасно. И вот почему будет ужасно. И вот почему будет ужасно. О небесах сейчас тоже поговорим. Давайте сейчас посмотрим еще одно место, что Иисус лично говорит об этом Дне. Ласш uns noch eine Schriftstelle uns ansehen, was Jesus über diesen Tag sagt. Matthäus 24, 29. И вдруг после скорби Дней тех солнце померкнет. И там мы читали в Лошадиции, как будет закрыто. И там мы читали, как будет закрыто. Иисус просто говорит померкнет. Иисус говорит просто, померкнет. И Луна не даст света своего. И Луна не даст света своего. И звезды спадут с неба. Вы понимаете, о том же самом событии речь идет, да? Согласны? То же самое. И то, что тут еще написано дальше, мне очень нравится. Оно еще немножко больше открывает. И силы небесные поколеблются. Вот эти те смоквы, которые полетят на землю. Где же эти звездочки находятся? Всем понятно, что под звездами подразумеваются Ангелы, падшие Ангелы, небесные существа, скажем хотя бы. Но это не звезды, поняли, да? Достаточно трех, четырех. Это силы небесные. Это силы небесные. Не звезды, не материи мертвые. Это силы небесных. Давайте мы теперь посмотрим. И ласшусь сейчас посмотрим. Я буду немного о небесных силах. Где они находятся? Wenn die Rede ist über die himmlischen Мэште, wo befinden die sich? Ай, 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 ай. Когда мы читаем Библию. Wenn wir die Библию. Wenn wir die Библию lesen. Библия повествует нам о том, что есть несколько небесных. Dass es mehrere Himмель gibt. Давайте мы сейчас разберемся. Und lass uns das uns anschauen. Я хочу, чтобы у вас было основание для всего этого. Ich möchte, dass ihr einen festen Hintergrund für das Ganze habt. Псалом 95,5. Начнем с него. Псал 95,5. Нет, это не тот. 95,5 по-русски. In русisch 95,5. Я читаю. Ибо все боги народов идолы. А Господь, что сделал? Небо или небеса. Denn alle Götter der Völker sind Nichtigkeit. Aber Jawa hat die, was die Himmel gemacht. Die Himmel, nicht den Himmel, sondern die Himmel, in mehrzahl. Господь сотворил небеса. Явы hat die Himmel gemacht. Запомните. Меркайте. Второзаконие 10,14. Второзаконие 10,14. 5. Мose 10,14. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес. Сие, Явы, дайне Господь, синьдьи Himmel и дьи Himmel, дьи Himmel. И все, что на ней. Дьи Erde существует три неба. Русские добирались до седьмого неба, когда им сильно хорошо было. И ты на седьмом небе побывал, когда сильно, сильно. Wenn die so viel getrunken, они говорят, что я в седьмом небе. Есть еще не седьмое небо? Я не знаю, в нем совмест или нет, но русских есть. Я не знаю, в нем есть, но в русских есть. Но в русских есть. Но в русских есть. Я на седьмом небе счастье был. И я на седьмом небе до седьмого неба не знаю. Библия не говорит. Но про три неба говорит библия ясно. И это давайте мы посмотрим. Первое небо, как там написано, давайте мы посмотрим. Und die Himmel? Und die Himmel? Die Himmel, der Himmel. Nicht Himmel von einem Himmel, sondern Himmel, der Himmel. Wir malen also noch eins. Zweiter Himmel. Erster Himmel, zweiter Himmel. Und das ist dieser Himmel, der Himmel. Oder dritter Himmel. Ich bin kein Künstler. Stellt euch vor, dass es Himmel ist. Второе небо. Und die Himmel, der Himmel. Ein Himmel, der überall im Himmel ist. Er hat sein Zelt aufgebaut. Und jetzt zu jedem Himmel einzeln. Oder lass uns noch eine Schriftstelle, die ähnliche. Es wird noch mal sagen über Himmel und Himmel, der Himmel. Sie wissen, Gott drückt sich manchmal sehr interessant aus. Небесa, небesse. Himmel, der Himmel. Das ist sehr ähnlich mit diesem Spruch. In Offenbarung steht so. Nach Ende des Zeitalters. Vremänen. Nein, nicht seit Alters. Vremänen. Nach Ende der Zeit. Vremänen. Vremänen. Der Zeiten. Und der Halbzeit. Was bedeutet für dich Zeit? Zeit der Zeiten oder Halbzeit? Dreieinhalb Jahre bedeutet das. Warum steht nicht direkt dreieinhalb Jahre, sondern Zeit? Zeit der Zeiten plus zwei Jahre. Und halbzeit. 1290 Tage steht woanders geschrieben. Wenn wir Daniel und Offenbarung lesen. Über diese Tage werden wir auch reden. Das muss man reinschauen. Manchmal ist bei Gott, wir wissen, ein Tag wie tausend Jahre haben wir gelesen. Aber nicht immer wird das so abgezählt. Er ist Gott. Manchmal zählt er ein Tag wie tausend Jahre. Ein Tag wie ein Jahr. Ja. Und es gibt ein Jahr wie hundert Jahre. Gott kann so zählen. Ein Tag für tausend Jahre. Ein Tag kann auch für hundert Jahre sein. Und das muss man sehen in der Schrift, worüber ist da die Rede. Gott wollte wahrscheinlich, dass wir etwas erweitern, unser Verstand. Es ist vieles verschlüsselt aufgeschrieben. Aber wenn du dich hineinvertiefst, Gott offenbart vieles und vieles. Und wisst ihr, in der Schrift wiederholt sich alles immer. Minimum zwei раза und vieles. Mindestens zweimal umführt. Alles, was wir erleben, was wir leben, war schon im Alten Testament. Und die Bibel sagt, dass das Alte Testament ist ein Schatten von kommendem, was noch kommen wird. Deshalb, wenn du das Alte Testament liest, in diesen Geschichten ist sehr vieles verborgen, was auch in den letzten Tagen stattfinden wird. Deshalb sagt Jesus, So wie es zu Tagen Neues war, So wird das auch. Wann? Wenn der Herr wiederkommt. An anderen Stelle, sagt er. Und so, wie zu Tagen Lotz war, auch Wiederholung. Wisst ihr, dass die Geschichte von Josef eins zu eins erinnert uns an die Geschichte von Jesus? Wenn wir das auseinanderlegen, werden wir Jesus durchsehen in Josef. Mit all dieser Geschichte. Und am Ende? Jesus wird herrschen. Tausend Jahre auf dieser Erde. Wie Josef in Ägypten geherrscht hat. Über die ganze Erde wird der Herr herrschen. Verborgene Geheimnisse, die sich wiederholen werden. Alles, was mit Jesus sich wiederholen wird, wird wieder mit dem Antichrist sich wiederholen. Wie viele Jahre hat Jesus gedient? Кто знает? Drei Jahre. Und genauer? Ah? Drei und halb Jahre. Tочнее, drei und halb Jahre. Ganz genau dreieinhalb Jahre. Zeit. 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 Und halbe Zeit. Versteht ihr das? Вот почему ich объясняю. Deshalb erkläre ich das jetzt. Damit wir das sehen. Weil die letzten sieben Jahre. Bei den letzten sieben Jahren. Von der letzten Zeit. Die werden sehr wichtig sein. Die werden wir uns auch noch anschauen werden. Zweite Chronik. Das habe ich noch nicht gelesen. Bei der ersten Zeit. Kann Gott leben mit Menschen auf der Erde auf der Erde auf der Erde auf der Erde leben? Wenn небes und небes dich nicht verbrechen. Aber sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen, siehe der Himmel und der Himmel können dich nicht fassen. Итак, снова небо und небеса небes. Himmel und Himmel der Himmel. Es gibt drei Himmel. Was ist gemeint mit dem ersten Himmel? Ich werde heute viele Schriftstellen noch lesen. Es ist wichtig, dass ihr aber versteht. Ich könnte zwar direkt sagen, ja, die Sterne, das ist der Teufel, der mit seiner Armee darunter fallen wird. Und wir hätten nach Hause gekommen und hätten gesagt, na, der hätte fantasiert heute. Der hat das erfunden. Deshalb müsst ihr wissen, dass die Bibel sich selbst erklärt. Sterne, das sind Mächte. Warum Sternen? Weil eine Macht bestimmte. Und ihr müsst verstehen, dass diese ganzen Dämonen, und alle, die herrschen in der Finsternis, die haben noch Kraft und Macht, noch. Halleluja. Drei Himmel, wir haben festgestellt, es ist die Rede über drei Himmels. Первое небо, das ist die Atmosphäre, die wir sehen, wo die Vögelchen fliegen. Lukas 9, 58. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhle und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Ich denke, mit dem ersten Himmel haben wir keine Probleme. Wir können ihn ja sehen. Das ist der Himmel, den du dort siehst. Das ist die Atmosphäre, Sauerstoff-Atmosphäre. Второе небо, zweiter Himmel, das ist der Himmel, da wo der Teufel herrscht. Kоторый он пытается kontrollieren und препятствовать общению человека mit Gott. Und diesen Himmel versucht er ständig unter Kontrolle zu haben und zu verhindern die Gemeinschaft von Mensch und Gott. Ну, wie, Waldemar? Wir haben immer gesagt, dass der Dschuld da ist. Ja, wie, Waldemar? Wir haben immer gedacht, dass der Teufel dort irgendwo ist. Im Kern der Erde irgendwo sitzt er. Dort hat er Gefängnis. Und selber ist er noch nicht im Gefängnis. Gott hat ihm noch bestimmte Zeit gegeben. Und von dort haben wir so viele Probleme. Aber ihm ist nicht lange geblieben, sein Unwesen treiben, also macht sich keine Sorgen. Und der Herr wird ihn binden. Zuerst für tausend Jahre. Und dann wird er schauen, wie wird er sich benehmen danach. Aber Teufel ist einfach Teufel. Wie ein Wolf. Du kannst ihn füttern, wie viel du willst, er wird trotzdem in den Wald schauen. Und nach dem tausendjährigen Reich wird Gott ihn komplett Schluss machen. Ja. Zabrosit ihn навsегда. Ozer Ognäное. Wird ihn für immer in das Feuersee reinwerfen. Ephesians 6,12 Ephesians 6,12 Das ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürsten und Tümer. Das sind die Himmel der Himmel. Das sind die Himmel der Himmel. Das unter Himmel. Ja, unter Himmel. Und da kann es nicht. Himmlische Örte. Himmlische Örte. Wahnsinn. Himmlische Örte. Во всяком случае, у нас написано духов под небесе, да? Вот здесь они. Второе небо. И первое небо, это небо, уже я сказал, которым мы живем. против духов, злобы под небесной. Павел объясняет, что мы не воюем с плотью и кровью. Павел объясняет, что мы не воюем с плотью и кровью. Не надо со мной воевать, я просто плоть и кровь. И между собой не стоит воевать. Потому что когда тебе вдруг хочется разозлиться на кого-то, знаешь, что где-то эти вот власти, которые там еще летают от безделия, не знают, что делать. Они пытаются настроить тебя на него. Die versuchen, uns gegeneinander aufzuwirbeln. А его против меня. А потом нас всех против тебя. Und uns alle gegeneinander. Давайте быть мудрыми. Ласш uns weise sein. Будем видеть это. И не дадим Дьяволу, чтобы радости. Еще одно местописание ко второму небу. Ефесянам 2, 1, 2. Еще одна шрифтстелля zum zweiten Himmel. Ефесян 2, 1, 2. Ефесянам 2, 1, 2. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам ваших, в которых вы никогда жили, по обычаю этого мира, по поле Князя, господствующего в воздухе, Духа действующего ныне в сынах противления. Итак. Auch euch, die ihr tot wartet in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet, nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. In diesem zweiten Himmel, sind Steckengewürdig, die dämonischen Fürsten, die Diener des Teufels und so weiter. Ein Teil der Engel ist schon dort, in der Hölle, was Judas schreibt. Die sind dort zusammengebunden, können nichts machen und warten auf das Gericht und quälen und braten so ein bisschen diejenigen, die da reinkommen. Und hier sind sie aber frei. Die schweben dort. Die fliegen. Die мешают, wenn du betest. Als Daniel gebetet hat, wisst ihr noch? Hat er gebetet? Und am ersten Tag wurde das Gebet schon im dritten Himmel gehört. Gott hat ein Engel geschickt, eine Antwort zu schicken bei Daniel. Aber dieser Himmel hat widerstanden, wisst ihr noch? Und was da wieder skript? Во имя Иисуса! Все Besse пошli von! Und mir нравится, ich schreibe ihn jetzt, понимаешь? Denen gefällt das jetzt nicht. Er erinnert euch an die Geschichte, Daniel. Er hat 21 Tage gebetet und 21 Tage gewartet. Und dann kam Michael Archangel, bis der Erzengel kam. Ja, Michael Erzengel. Und er hat erklärt, die hatten dort einen Kampf gehabt. Weil diese Dämonen, diese Fürsten der Finsternis, die wollten den Engel mit der Antwort nicht durchlassen. 21 Tage lang gab es dort Krieg. Aber Gott siegt immer, wir wissen das. Und am 21 Tage hat er die Nachricht gebracht. Und hier hat sich noch nichts verändert. Die sind immer noch hier. Die sind noch nicht heruntergeworden worden. Aber bei 6. Bruch des Sieges, Gott wird erschüttern wie ein Birnenbaum. Dort steht, wie Feigenbaum. Ich habe noch nie gesehen, wie Feigenbaum. Aber Birnenbaum habe ich gesehen. Wird erschüttern. Und die werden vom Himmel fallen. Die werden keinen Platz mehr, keinen Halt mehr im Himmel haben. Und das ist der Beginn der furchtbarsten Tage. Weil Teufel wird jasно понимать, Dни его очень zutschtены. wird dann genau begreifen, seine Tage sind abgezählt. Und furchtbare Sachen werden geschehen. Deshalb im 6. Siegel steht geschrieben, Wehe, Wehe klagen. Und die Menschen werden sich sogar Tod wünschen. Für den Sünder ist es nicht schlimm zu sterben, nicht so schlimm, als sich zu sehen, nackt im Gegenwart des Herrn. Die werden sich Tod wünschen, aber der Tod wird fliehen, steht geschrieben. Das wird eine furchtbare Zeit sein. Aber die Zeit ist nicht für uns so furchtbar. Die wird für die so furchtbar, die das nicht ernst genommen haben. Versteht ihr das? Also dritter Himmel. 2. Korinther 12. 2. Korinther 12. 2 bis 4. Paulus schreibt. Er weiß das besser. Dritter Himmel ist der Himmel, wo Gott wohnt. Die Bibel sagt noch, er befindet sich da, wo wir nicht hingelangen können. Ohne einen Fahrausweis kannst du dort nicht rein. Kein Mensch, der Teufel, keiner. Nur wer den Siegel des Herrn hat, der hat freien Durchgang. Wenn der Herr rufen wird mit der Posaune. Halleluja. Ich kenne einen Menschen in Christo, der 14 Jahre auf dem Leib weiß ich nicht oder außer dem Leib weiß ich nicht. Gott weiß es. Ein Menschen, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und ich kenne einen solchen Menschen, ob im Leib oder außer dem Leib weiß ich nicht. Gott weiß es. Dass er in das Paradies entrückt wurde und aussprechliche Worte hörte, welche der Mensch nicht sagen darf. Halleluja. Итак, 3. небо, jasno написано. Also dritter Himmel, ganz klar steht geschrieben. Das ist die Engelssprache, in der wir auch reden werden. Und dort steht geschrieben, er war im Paradies. Итак, 3. небо, also dritter Himmel, das ist auch der Paradies. Dort ist Gott anwesend, dort sind die Engel anwesend, dort sind die Engel anwesend, dort ist Gottes Thron, dort ist der Thron, der Thron, der Thron von Gott. Und weil die himmlischen Kräfte erschüttert werden und fallen werden auf die Erde, wird auf der Erde die Zeit beginnen, die eine furchtbare Zeit der Trübsal sein wird. Aber über die Trübsalzeit werden wir bei den Posaunen drüber reden. Halleluja. Und ich werde jetzt, preis den Herrn, abschließen. Aber wir haben noch ein Siegel. Jetzt zum Nachttisch, siebter Siegel, das gefällt mir so gut. Das ist nur ein Vers, lass uns das noch leben. Was wird sein bei dem siebten Siegel? Und als er das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel, bei einer halben Stunde. So ungefähr. Was habt ihr für Gedanken dabei? Was sind sie auf einmal still geworden im Himmel? Там вообще Biblia говорит, там wie schum, вот многих, там славят Господа. Biblia sagt, dort wird Herr gepriesen, dort ist wie viel Wasser. Там весело, там хорошо, dort ist fröhlich, dort ist gut, und jetzt auf einmal stille. Die Gemeinde wird antwortet, die Gemeinde wird antwortet, meint Sergei. Du denkst auch so gut. Wenn es weiter so geht, wirst du predigen, und ich werde zuhören. Sie wird noch nicht antwortet, aber es hat damit etwas zu tun. Jesus Christus zusammen mit den Engeln wird bei diesem siebten Siegel, wenn es geöffnet wird, und siebte Posaune wird schallen in dieser Zeit. der Herr mit ganz großer Menge von Engeln wird heruntergehen auf eine Wolke. Und in diesem Moment im Himmel, außer Papa, weiß ich nicht, wer da noch ist, wird keiner mehr anwesend sein. Das wird ein großes Geschehen sein. Jesus Christus wird kommen, um seine Gemeinde mitzunehmen. Und die Bibel sagt, ganz klar, er kommt nicht alleine. Wer kommt schon alleine Braut abholen? Der gesamte Himmel wartet auf diesen Tag. Und wenn siebte Siegel gebrochen wird, Oh, der ganze Himmel wird hier hinkommen. Die werden nicht weit von hier sein, so auf einer Wolke. Und im Himmel wird vollkommen still sein. Und alle werden warten. Wann wird der Bräutigam zurückkehren mit seiner Braut? Ich sage euch, danach wird dort so ein Lärm wird dort so ein Fest geben. Wie ist das in dieser Pässe? Auf der Hochzeit gab es zu wenig Platz. Auf der Hochzeit gab es zu wenig Platz. Halleluja! Halleluja! Weil es wird die größte Hochzeit jemals gewesen sein. nicht danach wird jemals so eine Hochzeit stattfinden. Das ist doch ein guter Schluss, oder? Was davor stattfinden wird, das Last. Für diejenigen, die sich nicht bekehren wollen. Aber die, die sich bekehren, mit der Herren wollen und mit der Herren leben, die erwartet eine wunderbare Zeit. Lasst uns beten. Otec Nibesny, Vater im Himmel, von ganzem Herzen danke ich dir, dass du unsere Namen im Buch des Lebens hineingeschrieben hast. Und dass dieser Tag immer näher kommt. Und wenn du uns rufst, danke dir, Herr. Wir wollen dich sehen mit unseren Augen so wie du bist. Und ich weiß, dass dieser Tag näher wird. Und ich weiß, dass du dich freust auf diesen Tag. du möchtest auch so sehr uns begegnen und uns treffen. Aber Herr, heute, solange wir auf dieser Erde leben, wir wollen dein Willen erkennen. Wir wollen das erfüllen. Wir wollen gemeinsam mit dir evangelisieren, dass noch viele Menschen errettet werden und dazu kommen zur Erkenntnis der Wahrheit. Weil du hast dein Blut vergesst. Nicht, damit Menschen verloren gehen. Nicht, damit der Tod verabschiede. Nicht, damit die Hölle befüllt wird. Sondern, damit dein Himmel, dein Reich erfüllt wird. Und du hast viel Platz vorbereitet. In diesem unzugänglichen Licht, woher keiner gelangen kann, wenn du ihn nicht rufen wirst. Herr, wir möchten. Und deshalb segne uns, wir bitten dich. Blagoeslawi deinem Volk. Zähle uns trezwem. Macht uns nüchtern, damit wir dir nachfolgen. Erfolge deine Wille und erfülle deinen Willen und uns freuen. Jeden neuen Tag, den du uns gibst, dass es zu deiner Ehre sein soll. Zirkaf. Gemeinde. Bудьte blagoeslawiert. Seid gesegnet. Ihr habt gute Zeit für euch. Der Herr bewegt sich schon in unsere Richtung. Und einmal wird dieser Tag kommen und er ist sehr nah. Wenn du allen Leid vergessen wirst. Wenn du allen Leid vergessen wirst. Wenn ihr alle eure Probleme vergessen wirst. Die werden zurückbleiben. Wenn wir sie von uns abschütteln werden wie Feigenbaum die Früchte abschütteln. So werden wir von uns Probleme abschütteln. Der Herr soll euch segnen. Ich wünsche euch eine gute Woche mit dem Herrn. Der Herr soll euch beschützen. Euch bewahren. Auf allen euren Wegen. Der Engelbeschützer soll euch nachfolgen. Euch beschützen. Vor Krankheiten. Vor Unglücken. Vor Unfällen. Im Jesu Namen. die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sein mit euch allen. Und das ganze Volk sagt Amen. Setzt euch noch hin für eine Minute. Ich habe vergessen mich zu entschuldigen. Als ich die zu Hause mir nochmal angehört habe. Ich wurde ganz rot. Weil ich habe euch erzählt über ein Tier mit vier Gesichtern. Zu diesem Tier werden wir noch dazu kommen. Und ich habe gesagt dass es der Erzengel ist. Das ist nicht Erzengel. Ich habe einfach Fehler gemacht. Ich habe es vergessen. Das ist der Chirub. Die Chirubs die haben vier Gesichter. Und das ist alles. Dort kann ich schon nicht mehr verändern. Aber ich möchte hier um Entschuldigung bitten. Das soll auch bleiben dort. Ich habe mich einfach versprochen. Otec, das ist der Vater. Das soll euch zählen. Amin.